Ich mache immer Gay-Compilations. Oh, du hast gerade deine Augen so verrollt. Du guckst immer Kinox, du guckst immer illegale Filme. Sag ich ehrlich. Nö. Nicht? Ich schon. Aber ich guck nur Kinox wegen der Werbung. Als ob du aber TikTok auf dem Tablet benutzt. Nein, aber ich hab's auch da drauf. Kannst mich da aber auch markieren gerne. Nö. Kann ich auch lassen. Was ist noch für Tattoos? Die sehen alle Scheiße aus. Das ist lustig. Ja. Weil du dich selbst gestochen hast. Ich hab auch einen Baseballschläger neben meinem Bett. Warum hast du einen Baseballschläger?